Willkommen in Deutschland, Maik. Kapitel 2 Der erste Tag Guten Morgen, hast du gut geschlafen? Silke sitzt schon am Frühstückstisch, als Maik in die Küche kommt. Ja, wie ein Stein. Maik setzt sich auf einen freien Stuhl. Hast du Hunger? Ich habe Brötchen geholt, aber es gibt auch Müsli. Müsli? Was ist das? Müsli ist ein Frühstück aus Haferflocken mit Körnern, Samen, Nüssen oder Früchten, manchmal auch Schokolade, so wie das hier. Silke hält Maik eine Packung hin. Man isst es mit Milch oder Joghurt. Er studiert das Bild vorne drauf und sagt, Sieht gut aus. Möchtest du mal probieren? Vielleicht morgen. Heute möchte ich echte deutsche Brötchen essen. Silke lacht. Gut, sollst du haben. Es gibt Kaiserbrötchen, Körnerbrötchen und Croissants. Die möchte ich alle probieren. Maik nimmt sich ein Brötchen aus dem Brotkorb. Silke zählt auf. Wir haben Marmelade, Nutella, Honig und Wurst. Und Margarine. Was für Wurst? Fragt Maik. Im Moment nur Fleischwurst. Ich muss nachher noch einkaufen gehen. Möchtest du dann mitkommen? Na klar. Aber ich muss dich warnen. Wir haben eine Menge gute Schokolade hier in Deutschland. Das ist doch aber gut. Maik ist verwirrt. Nur wenn man der Versuchung auch widerstehen kann. Ich kann keine Schokolade im Haus aufbewahren. Ich esse immer sofort alles auf. Maik lacht und beißt in sein Brötchen mit Fleischwurst. Okay, ich habe Einkaufsbeutel, die leeren Pfandflaschen, meine Handtasche mit Portemonnaie. Silke schaut sich um. Ich glaube, ich habe alles. Sie geht zur Tür. Nein, halt, mein Einkaufseuro. Dein was? Maik schaut Silke frankend an. Mein Einkaufseuro. In Deutschland muss man einen Euro in den Einkaufswagen schieben, um die Kette zu lösen. Die Einkaufswagen sind alle aneinander gekettet. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Maik kratzt sich am Kopf. Du wirst schon sehen, wenn wir da sind. Ich zeige dir dann, wie es geht. Silke nimmt einen Euro, der auf der Kommode im Flur liegt, und greift die Tüte mit den leeren Flaschen. Hast du alles? Ich denke schon. Gut, dann lass uns gehen, bevor das gute Obst und Gemüse ausverkauft sind. Und die Schokolade. Silke grinst. Richtig, aber keine Sorge, von der gibt es immer mehr als genug. Silke öffnet die Wohnungstür. Maik nimmt sein Handy und folgt ihr nach draußen. Vielleicht mache ich Bilder mit meinem Smartphone und schicke sie meinen Freunden und meiner Familie. Bilder wovon? fragt Silke. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja spannende Dinge im Supermarkt. Silke runzelt die Stirn. Ich würde mich nicht drauf verlassen, aber man weiß ja nie. Ich hoffe aus Beginn. Untertitelung des ZDF, 2020